So, Willkommen zu GTA 5 Und jetzt schauen wir mal was der Lester da ist Meine Anal Pirate Schauen wir mal Entweder Oh Es sieht ähnlich aus bei mir Ah, jetzt müssen wir da zu Jetzt müssen wir uns alles Wir werden uns verkleiden und nachher bei Life in Raider einbringen Mal schauen, ob wir das schaffen Und die Stärkung Aber nicht den schnellsten Weg hier Ist ja egal Schauen wir dort auch nicht Ziehen wir uns um Hier klauen wir bei Life in Raider noch das Handy Ich bin ein Verarmer Auch wie ein Alkoholiker Hehehe Auch hier Kann man auch sich auf Life in Raider schaffen Weißt du, was du willst Ich bin auch vor denen Und Beispiel So Wir haben hier Ina Ah Entschuldigung Ich habe das Interview mit dieser Technik-Fraktion Ich denke, ich brauche etwas zu tun Ich brauche etwas zu tun Ich bin ein Geheimnis Geheimnis Du hast deinen Job verloren und die Welt ist weitergegangen, hm? Das ist zu schlecht Ich habe meinen Job nicht verloren Natürlich Ich bin zu alt, ich bin ausgesucht Gleiches passiert Ich bin ausgesucht Ich bin ausgesucht Einige andere Hosen anlegen. So, jetzt gehen wir zum... Wie eine solche Hippie-Hosen anlegen. Anscheinend einfach noch nicht. Dann rufen wir am Restaurant. Dann rufen wir die Polizei an. Du Arsch. Jetzt im Hinteringang. Okay, machen wir. So gar nicht zum Vorstellungsstil. Ich bin Life Invader. Ich bin Life Invader. Dann rufen wir über die... ...Mühle vor denen. Hey. Hey. Oh, great. Ah, PMs pushen für mehr Funktionalität. Hehe, but we are maxed. I mean, if anything, we have to strip features. Especially if we play on... Eppah. Folgend im Programm. Guck mal. Yoga Zone. Das Game sieht schon viel besser aus als an der Konsolen. Ah. The Cube. Das Game war geil. Oh, fuck. Symbol. Das sind Pornos. Ah. Ah. Das würde nicht ein Problem sein. Ah, du hast auf diesem PC geflogen. Ähm, hast du irgendwelche Antivirus-Software? Ich denke so, hinter diesem Schrank auf der Seite. Klickte ein NSFW-Link, Bro. Bitt mich auf den Arsch. Ja, nicht sicher für die Arbeit, aha. Du weißt, mein sonne Computer geht in den gleichen Problemen. Ich öffne die Pop-Ups. Schau, was ich tun kann. Dein Sonnen-Code? Starte sie schnell, Bro. Du schreibst dein bestes Sachen in deinen Twins. Und wir scannen. Da geht's. Dieses Ort ist von Java, Bro. Gib mir eine Sekunde, bitte? Und das sollte es tun. Wollt ihr versuchen, Dinge striktlich zu halten? Mit dem Maus am PC ist ein bisschen besser, um die Sachen zu machen. Ich bin Norris. Tch. Brodurra. Ich bin gerade im Prototyp, okay. Ach ja. Er hat ja gesagt, wir dürfen. So rein. Ja Ah gut Da ist schon Nice Ein iPhone wo wir noch aufmachen können Verlassen Hallo Ich habe dein PC Wir haben einen Pornosbefall Ah nein siehne Oder wieder Pornos Was machst du? Habe ich da nicht so Nein So ich bin beim Hintereingang Beim Hintereingang auch wieder aus Ich habe meine Hempmilch Es gab eine totaler Non-passive-aggressive Nude Wenn ich in Nukas Es ist deine Fault Du witzigst Yoga rum Und das ist so nah Ich bin da nicht 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 so nah Tee-Bag-Time mein Freund Lester Hörst du mich? Hast du das Spiel? Ja ja sorry Der Telefon ist weg Jetzt was ist dein Problem? Du möchtest nicht Schraubchen? Sie sind alle das gleiche Besides du kennst Ich bin ein Film-Ger Klassiker Vinewood Klassiker Vinewood Klassiker Vinewood 30 Jahre Jetzt sind es nur Superheroes Romantische Komedien und Remakes Niemand von denen interessiert mich Hey Ich glaube ich glaube dass dieses Kredite immer noch interessantere Filme machen Es gibt keinen besseren Weg um das amerikanische Leben zu finden als ein 2-Hour-Plot in welchem der Hero sieht gut und schlägt die Ehe Ja, was du sagst Freitag Freitag Oh mein Gott Sie sind so schade Ich habe nie jemanden gesehen der Feuer zu ihren Prozess Meine Damen und Herren Ich würde es lieb Der Jay Norris 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 Das stimmt übersetzate Der Jay Norris Der Jay Norris We are about to make the next step. Prepare to witness the future. Future. Undock. Oh yeah. The Life Invader mobile device. Oh Life Invader Hand. We invented something no one else has ever thought of. A small, personal, computerized device. Now you're going to be able to stay docked 24-7. On the bus, you can dock. On the subway, stay docked. You can be docked in a- Hold on a second. I think someone's trying to dock with me. Hello? Oh! Oh Jesus! No, 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 no. Whoa! Voll verjockt hat's das. I don't know... Oh, no, 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 no. Focus on that. What do I do? Let me see you later on. Es will be over the next episode. Ah, aber wir haben noch mal etwas beim Lester, aber ich denke auch wir können dort und doch machen wir nachher beim Lester wieder. Ich will mal sagen, mich setzt euch in der nächsten Folge wieder vor.